Und jetzt kommen wir bei Prado Matej, wenn ihr dabei seid. Ich hab's geschafft, ich hab die Weekend-League-Qualifikation geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft und wir haben drei Packs. Wir haben sogar sechs Siege zusammengebracht. Ja, das war am Beginn nur geschwitzt und am Schluss hab ich dann echt... Ich hab einen Poppe jetzt im Tor, der ist ultra krank. Kann ich nur empfehlen. Schauen wir mal, ob wir was Gutes aufmachen. Das kann nichts Gutes sein, es wird wenigstens ein Neh sein. Schlechtes Falsch Gnabry, genau, das ist dann Wurscht. Dann kann dahinter noch irgendwas sein. Romero wird irrelevant sein, so. Gut, das ist alles egal. Back haben wir auch, Quastback. Ja, und irgendwann... Links beteiligt ich Spiele im Moment, in Kollegen. Oh, ist das hingefahren? Nein, oh, Poppe, ist ja Poppe. Geil, ich hörst du ohne Poppe. Haha, geil, gerade vorher gekauft. Das ist ein Traum. Poppe ist super. Boah, das ist so ein Nazi, sagst du euch. Hier haben wir jetzt ein... Oh, Screen, ja. Cooles Projekt. Screen spielt jetzt auch bei PSG. In allem nicht mehr. Okay. Okay, der ist sicher Steuer. Das kann man weg tun, das kann man Artist. Powerhouse kann man vielleicht brauchen. Catalyst vielleicht auch. Serie A, MLS, Liga F kann man vielleicht noch brauchen. Celtic, Tion, das ist alles weg. So, Poppe tauschen wir. Auf den Heermarkt anbeten. So, dann kriegst du mir das für 5k oder so wahrscheinlich weg. So, das war ziemlich gut. Poppe ist auf jeden Fall spielbar, dann kann man spielen. Ich freue mich riesig. Der ist so gut. Spielst du? Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mich immer verschmäht. Jahrelang. Heuer habe ich nicht einmal rein dann. Weil ich einfach alles... Ja, ich habe sonst Kongoli gehabt. Und Ding war einfach zu schlecht. Brand. Reus wäre cool, aber Brand wird sein. Ja. Ein 84er ist auch okay. Also nichts überragendes. Bob, den wir spielen können. Stell dir vor, wir hätten dann ein Dembele oder so. Utoku, schau. Ist auch immerhin cool. Vielleicht kannst du denn in dieses Upgrade reinhauen. Das wäre spannend. Muss ich schauen. So. Sonst war da nichts. Äh, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und es läuft bei euch super. Uh, Hunters, nice. Sentinel, Maestro. La Liga. Das ist wurscht. Weil er droht, ist uns wurscht. Argentinien, Juventus. Da weiß das nicht. So, Gaga kann da was sein. Perfekt. Das war's von mir. Ich hoffe bei euch läuft es gut. Dann geht es die nächsten Tage in die Weekend League. So. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich es mache. Aber ich probiere es. Also schauen wir, was rauskommt. Ich zeige noch zum Abschluss schnell mein Team. Und dann gehen wir ab. So. So schaut im Moment mein Team aus. Ich habe einen Vidic gekauft. Und ja. Sonst habe ich jetzt Linksverteidiger selbst das Problem in der Aufstellung in der Mannschaft. Der spielt jetzt ein bisschen off-Chemie. Da wäre vielleicht was wirklich. Den zu wechseln. Den französischen Trainer. Weil ich habe jetzt... Na gut. Ich weiß nicht, ob er das dann hat. Und ja. Das war's von mir. So schaut mein Team aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.